Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Tiny City. So, im letzten Part hatte ich hier ja mal ein paar Straßen gebaut, um und um eure Meinung gebeten. Falls ihr eure Meinung dazu noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, dann dürft ihr das gerne jetzt tun. Und zwar geht es um die Frage, was sieht besser aus? Eine etwas breitere Straße mit etwas breiteren Fußwegen oder eben dem Zweierfußweg oder eine kleine Straße mit einem kleinen Fußweg. Also bitte die Meinung dazu in die Kommentare. So, wir gehen weiter zum Tierarzt und machen dort weiter. Wir hatten im letzten Part hier draußen die Deko weitestgehend gemacht und die Kaninchen eingefügt und die Lampen hingestellt. Und das gefällt mir so überhaupt nicht. Die möchte ich gerne auf Mauern platzieren. Denn ich glaube, das würde mir um einiges besser gefallen. Ich muss mal eben schauen, was wir für Mauern nehmen. Die finde ich nicht so toll. Die finde ich toll. Also die gefällt mir. Das finde ich gut. Ich glaube, die nehmen wir auch. So, mal eben schauen. Also es wirkt schon etwas besser. Ne, das ist doch nicht doof. So, wir nehmen, also wir packen die jetzt auf jeden Fall auf diese, auf diese Mauern. Die wirken irgendwie nicht richtig, oder? Das ist, glaube ich, viel zu dünn. Ah ja, da kann ich sie gar nicht drauf platzieren. Und auf Dingsen kann ich die darauf platzieren. Ah ja. Oh. Das sieht gar nicht doof aus. Das sieht jetzt mal gar nicht so doof aus. Finde ich besser wie das hier. Ja. Ja. Ich glaube, wir nehmen das erst mal so. So, dann das da noch. Und hier. Oh, die Katzen sind weg. Beide weg? Oh ja, sind gedespawnt. Okay. Alles klar. Da müssen wir die nochmal einfügen. Ich würde sagen, das mache ich einfach dann offscreen. Und da muss ich die auch gleich sichern. Die kann ich ja vor dem Deesborn bewahren. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, eben auch mit ungezähmten Katzen. So, okay. Ich würde sagen, draußen sind wir fertig. Noch wirklich mehr würde ich hier gar nicht machen wollen. Das wäre einfach, denke ich, zu viel. Dann sind wir nicht mehr tiny, sondern nur noch zu viel. Genau. Also wäre jetzt noch die Praxis und das Wohnhaus wären jetzt noch dran. Die Praxis ist hier. Der Behandlungsraum. Da brauchen wir aber auch Fenster drin. Das ist sonst zu dunkel. Das hier wird der Wartebereich, ne? Und hier die Praxis. Ach, da gab es auch einen witzigen Kommentar zu irgendwie, ja, also ein Empfang, irgendwie wird ja überbewertet, glaube ich, von der Nanni, ne? Ich muss sagen, also wirklich bei unserer Tierärztin, bei der wir früher waren, ist das so. Also, wie gesagt, da kommt man wirklich, man geht rein, da kommt man ins Wartezimmer quasi, ja, man setzt sich dorthin und dann kommt entweder der Tierarzt oder die Helferin kommen raus und sagen, ja, der nächste bitte oder fragen schon mal, ne, ist jemand neu dazugekommen, dass man schon mal einen Impfausweis abgeben kann oder sagen kann, ne, welches Tier irgendwie, damit die die Akten schon mal raussuchen kann, denn diese besagte Tierärztin hatte in ihrer Praxis lediglich einen kleinen Laptop stehen. Die hat alles noch per Hand gemacht, also wirklich alles per Karteikarten, Rechnungen wurde per Hand geschrieben, also, ja, sie gibt es noch und ich muss dazu sagen, diese Frau war nicht jetzt irgendwie schon 70 oder so, sondern, ich weiß nicht, wie es sie schätzen soll, also, ja, Mitte 40, Anfang 50 vielleicht, also wirklich noch nicht so mega steinalt, dass man sagen könnte, okay, die kennt Computer noch gar nicht, sondern nur Fernseher mit Kurbel oder so, ja, also, es ist eigentlich eine, ne, eine Frau, die mitten im Leben steht und trotzdem hat die, führt die ihre Praxis so und ist keineswegs ein schlechter Tierärztin, ne, also, es gibt, es gibt diese Praxis tatsächlich so, deswegen, ähm, habe ich mir eben gedacht, das, äh, so zu nehmen und so umzusetzen. Okay, ähm, ja, ja, wenn man sneakt, kann man durch anderthalb Blöcke laufen. Ui, kann man ja wirklich, oh, danke für diese Info, wer auch immer das war, wirklich, äh, super, das wusste ich nicht, dass man das kann, dass man tatsächlich sich jetzt auch kleiner machen kann, das ist neu, ne, das, das muss neu sein. Okay, ähm, ich würde das jetzt so machen, dass wir hier oben den Schlafplatz hin machen, ja, das, äh, wäre jetzt eigentlich so ein, ja, so eine Idee hier Bett, hier unten machen wir eine Art Schrank hin, ja, sowas in der Art halt, ähm, hier kommt das Badezimmer rein, ne, ich mache hier schon mal Fenster rein, einfach nur, damit es ein bisschen heller für euch ist, da schauen wir gleich mal, wie wir das Ganze aufteilen. So, und da muss hier jetzt ja noch eine kleine Küche und ein ganz, ein kleiner, winziger Wohnbereich hin. Ich denke, das, äh, bekommen wir irgendwie, ähm, hin. Jetzt machen wir uns erstmal ans Badezimmer. Was nehmen wir da als Boden? Ich fände Prismarinen mal ganz nett oder mal ganz ausgefallen Purpur. Oh, das fände ich auch toll. Ja, komm, wir machen das mal in lila. Es ist ja jetzt, ähm, offiziell eine Tierärztin. Also, von dem her können wir auch alles in lila machen. Halt. So. Und so. Genau. Ähm. Ja, machen wir das in lila. Das ist cool. Ähm. Da. Ach so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier, ne? Da kriege ich gar keine ordentliche Dusche hin. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Nichts. Gar nichts wahrscheinlich. Ähm. Wenn wir das so machen, sieht das doch auch nach Duschkabine aus, oder? Dann machen wir die einfach ein bisschen größer. Tiny House mit Riesendusche. So, oder? Ach ja, das machen wir so. Das passt. So, das Fenster kommt da weg. Dafür kommt das da hin. Ähm. Dann brauchen wir noch einen Duschkopf. Den hängen wir hier an die Seite. Ja. Doch. Ich glaube, das ist okay. Und dann können wir da noch einen kleinen, ähm, Teppich hin machen. Ach. Hoho. Das ist aber lila, ey. Hohoho. Huch. Ähm. Ich glaube, das ist zu lila. Also. Wir nehmen nochmal ein bisschen hellgrau dazu. Als Kontrastfarbe. Okay. Ähm. Waschbecken. Klo. Waschbecken. Connecten. Schalkartruhen. Jetzt weiß ich nicht, was wir nehmen sollen. Ja, die Connecten. Äh. Wie doof. Ach, Mann. Dann machen wir hier das hin. Die Farbe oder die Farbe. Das gefällt mir ein bisschen besser. Das finde ich so. Es passt beides gut. Es passt wirklich beides gut. Aber mir gefällt das besser. Das ist ein bisschen, äh, gedämpfter. Das gefällt mir dafür gar nicht. Ähm. Nochmal ein Wasserhahn. Zack. Und. Ach so. Hier geht das ja gar nicht. Stimmt, ja. Oh, ich weiß nicht, ob wir das Regal dahin machen oder lieber weglassen. Mit den Fenstern ist das dann ein bisschen doof, ne? Ähm. Okay. Jetzt brauchen wir noch das Klo. Dann nehmen wir diesmal einen Trichter. Der Connected nämlich nicht. Und, ähm. Da könnte man jetzt, äh, ein lila Teppich, da kommt, ein lila Teppich und ein lila Teppich davor. Nein. Ähm. Den grauen Teppich davor. Ich muss mal eben gucken. Nein. Also ich würde das Ganze ohne Teppich machen. Aber hier, ähm. Wir nehmen das jetzt mal so als Deckel. Ich finde dich gerade ganz, ganz witzig irgendwie. Äh, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Mit dem Spülknopf. Na, der geht da ganz oben. Ich packe den, äh, ich lasse den mal weg. Wir denken uns den einfach. Das ist halt, äh, in Tiny Homes muss man einfach mal ein bisschen, ja manchmal ein bisschen Fantasie mitbringen. Äh, so. Und ein Handtuch, ne? Ganz, ganz wichtig irgendwie. Man könnte hier ja auch, äh, zwei Handtücher hinhängen. Das sieht man nun nicht so gut wegen dem Fenster. Wenn man das so macht, ne? Finde ich das, ähm, ganz nett. Dann sieht das aus, als wenn man mehrere Handtücher, äh, da hängen hat. Man könnte die zum Beispiel auch da hinhängen, ne? Aber es ist ein bisschen hoch. Und da passt das nicht so ganz. Also würde ich das da auf jeden Fall erstmal weglassen. So. Ähm. Ein Rahmen möchte ich. Und dann kommen da einfach Tränke rein. Da gucken wir auch, dass wir so ein bisschen was Lilanes bekommen. Wird den noch nehmen. Und, ach, den finde ich auch schön. So. Na? Das ist doch, ist doch ganz nett. Okay. Ähm. Ähm. Jetzt will ich noch was ausprobieren. Und zwar gab es da auch für eine ganze Weile mal einen Kommentar dazu. Ähm. Ähm. Dass man. Den mit Bambus. Ich hatte ja mal versucht, so, äh, Blumentöpfe übereinander zu stapeln. Und in der Mitte so eine Art, ähm, ja, Aufhängung zu haben. Das geht mit Bambus tatsächlich ganz gut. Das, äh, Problem jetzt daran wird sein, dass ich natürlich keine Pflanze mehr platzieren kann in den Topf, ne? Also es geht dann, ach, da oben. Ja, wie süß. Äh, huch. Also es geht mit, mit Bambus ganz, ganz super. Ne? Das sieht wirklich auch nett aus. Aber, ähm, ich glaube... Oh, man kann das jetzt leider nicht stapeln hier. Mensch, das Bambus einfach so ein bisschen hoch, das wäre so toll. Ähm, ja, okay. Okay, es funktioniert also wirklich gut. Das ist, äh, schön zu wissen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich wollte das nur mal ausprobiert haben. Ähm. Ähm, so, dann kommen hier noch Lampen rein. Wo hängen wir die hin? Ja, okay. Ne, das sieht, äh, total doof aus. Da hin. Ja, da finde ich die gut. Und ich glaube, die reicht auch aus, ne? Ne, also noch mehr brauchen wir da gar nicht. Ich würde jetzt hier auch kein Klopapier oder sowas hinhängen. Das ist einfach, ähm, zu viel. Wir stellen uns vor, dass hier neben dem Klo ein kleiner, ähm, Ding steht. Ne, Klobürste, Mödhalter und sowas, ne? Und ich denke, das wäre in so einem Badezimmer das Schlauste. Also, okay, gut. Badezimmer haben wir dann in dem Fall fertig. Da würde ich auch gerne eine Birkentür reinmachen. So, und dann kümmern wir uns ums Bett. Da überlege ich jetzt, wie wir die Leiter am, oh, am besten anbringen. So, an der Seite wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, es wäre sogar eine gute Möglichkeit. Äh, ach. Ich, ich will jetzt einfach dieses Thema weiterführen, ja? Ich möchte gerne weiter, ähm, das Ganze ein bisschen in, in lila halten. Die Praxis machen wir anders, aber die, ja, die Wohnung machen wir so in diesem rosa-lila Mischmasch. Das ist ganz, ganz nett. Ähm, okay. Wenn ich jetzt hier noch eine Verkleidung vormache, kommen wir mit der Leiter ja nicht mehr hoch, ne? Ähm, ich dachte da. An, äh, das da? Oh. Das geht nicht mal. Das, das geht nicht mal, weil, äh... Ja. Weil das hier halb ist, okay. Dann da die Treppe und dann kann man hier noch, äh, stehen. Und dann, okay. Also ich hätte hier schon gerne noch eine kleine Absperrung. Gucken, ob wir das irgendwie, ha, so kriegen wir das platziert. Aber es sieht nicht so gut aus, ne? Und da komme ich dann nicht mehr durch, weil auf der Leiter sneaken, das geht eher schlecht. Äh, ich hab' ne Idee. Äh, da muss ich ausprobieren, ob das, äh, funktioniert. Ähm. Ähm, inwieweit kann man ein Banner hinhängen? Ah. Okay. Und die kann man auch, äh, hier vorhängen. Die geht nicht mehr wegen der Dings. Und das geht mir ein bisschen zu hoch. Ach, schade. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Um das Ganze ein bisschen, äh, zuzumachen. Oder aber man, äh, nimmt hier tatsächlich ein bisschen mehr Platz. Äh. Und dann das Ganze auf diese Art und Weise. Und. Ja. Nicht einfach, nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Klarscheibe, aber das, ja, das ist dann so, ne? Das ist nicht schön. Also ich, ich, ja. Ja, würde mal sagen, die müssen da oben ohne Absperrung, äh, klarkommen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe. Ich kann noch mal ein Schild versuchen, aber das sollte auch nach unten gehen und nicht nach oben. Ja. Okay. Dann lassen wir es doch erst mal so. Und hier, ähm, ja, machen wir einfach einen Schrank unter. Ich weiß gar nicht, ob man Leitern an der Schalker-Kiste befestigen kann. Probieren wir es mal aus. Ja. Aber die hält nicht. Okay. Also die hält, hält nicht. Alles andere hält ja sonst so an der Seite von, von der Schalker-Kiste. Also eben auch Rahmen und so, die halten ja, ne? Aber Leitern nicht. Okay. Schade, aber ich muss sagen, das habe ich schon erwartet. Äh, okay. Okay, hier kriegen wir jetzt auch nur zwei unter, ne? Mehr geht da ja gar nicht. Aber ich denke, das ist, ist okay so. Das kann man so nehmen. War das Bett noch höher? Ne, das geht auch nicht. Wir haben hier schon anderthalb. Das ist, äh, das ist okay so. Oder wir stellen die, können wir die Betten auf Schalker-Kirche stellen? Hm. So. Dann gehen die nicht auf. Ah, ja, natürlich gehen die nicht auf. Ist ja klar, ne? Ich meine, ist ja ganz logisch. So würden die jetzt aufgehen. Aber dann schwebt das Bett in der Luft. Und das sieht spätestens hier oben ganz schön doof aus. Okay. Ne, dann lassen wir das. Machen das wieder so, wie es war. Und, äh, machen das nur, dass man halt, ja, die zwei da hat. Ne? Ist auch okay. Dann haben wir noch eine kleine Ablage oben drauf. Das passt dann schon. Vielleicht kann man da tatsächlich noch ein bisschen Teppich drauf machen. Das ist das Ganze gleich. Ah, ne, es geht nicht. Quatsch. Natürlich geht das nicht. Oder eine Tür noch hier vor. Das wäre doch auch noch eine Maßnahme. Nein. Dann hat mein Begeber einen Kleiderschrank. Ne, das finde ich auch hässlich. Wir lassen den so offen. Wir lassen das so, wie es ist. Ich glaube, das ist, ähm, die einzig vernünftige Lösung. Okay. Ähm. Dann brauchen wir jetzt hier noch Küche. Und einen Wohnbereich. Hm. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Hier könnte man einen kleinen Tisch hinmachen. Hier die Küchenzeile. Aber so zum Ausruhen, zum Chillen hat man dann hier nichts, ne? Außer das Bett. Da könnte man hier oben, könnte man ja so so einen, ja, einen klappbaren Fernseher oder sowas machen. Ah, das probieren wir mal aus. Also, natürlich nicht, äh, in Wirklichkeit klappbar. Das ist natürlich nicht möglich, ne? Aber, dass man irgendwie sich da dann so einen Fernseher hinhängt. Also, so würde es ich machen, wenn ich, äh, hier oben mein Bett hätte, wäre da wahrscheinlich irgendwo dann der Fernseher. Äh. Sollen wir schauen, ob wir da ein Bild dran platzieren können. Dran nicht, aber davor. Ah, okay. Mhm. Okay, ich muss mal eben schnell gucken. Ah, wenn ich das von hier ran mache, dann müsste da ein voller Block übrig bleiben. Das heißt, das Bild müsste direkt dran sein. Ja, okay. Also, so geht's. Oh, das bleibt sogar. Okay, klappt sich nicht mit weg, aber, aber, ey, was will man mehr, ne? Ziemlich cool. Okay, also auf diese Art und Weise, ne? Ich denke, ich denke, ist klar, was ich meine. Jetzt ist das Bild abgegangen, ne? Ja. Verdammt. Ich wollte doch nur das Austauschen in diese Farbe. Weil mir die auch nicht so gut gefällt, ne? Da hätte ich gerne komplett Birke. Würde mir am besten gefallen. So. Zack. Fernsehprogramm. Vielleicht kann man das noch ein bisschen... ein bisschen verkleiden, ob da ein Rahmen dran hält. Ah, ne. Okay, das ist eigentlich auch ganz logisch. Was man auch machen könnte... Oh. Ausprobieren, ausprobieren. Sind Schilder. Das ginge auch. Ah. Warum platziert sich das denn immer so rum? Warum... Warum platziert sich das denn immer so rum? Das verstehe ich nicht so ganz. Hä? Und warum geht das jetzt nicht mehr? Es ging doch eben gerade. Ach. Klar. Okay. Ja. Mhm. Ich glaube, ich habe es verstanden, woran das lag. Das lag an den Türen, ne? Hier. Ja. Okay. Alles klar. Geht also auch nicht. Könnte man natürlich realisieren mit Barriers und so weiter. Aber ich glaube, dann nehmen wir einfach die Klappen. Ne? Also das ist schon okay. Nicht die unbedingt. Aber vielleicht kann man hier die Eichenholz nehmen. Die passen, denke ich, noch ganz gut vom Holz her. Weil die Birken finde ich ein bisschen zu aufdringlich. Das gefällt mir nicht so. Eisen hätten wir auch noch. Allerdings müssten wir die powern, damit die nach unten gehen. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen doof. Hm. Na gut. Okay. Da war ein Lespult. Okay. Gut. Ich würde jetzt erstmal den Part beenden. und im nächsten richten wir dann hier weiter ein, würde ich sagen. Und ihr überlegt euch noch, ja, wegen den Straßen und schreibt mir das in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also bis denn. Ciao, ciao. !